hey skatfreunde schön dass ihr wieder dabei seid und die partie die ich heute zur analyse mitgebracht habe die ist noch relativ frisch habe ich selbst gespielt am letzten sonntag in meinem livestream zweite serie 33 spiel und warum weiß ich das noch so genau nun das war schon eine extreme verteilung gegen die ich da angelaufen bin und dann ein kurioser verlauf ich denke mit sehr großer wahrscheinlichkeit wird weder euch noch mir diese verteilung und ein ähnlicher verlauf jemals wieder über den weg laufen dennoch stecken da eine ganze menge sehr prinzipieller gedanken und ideen drin und daher meine einschätzung lohnt sich das auf jeden fall auch mal ja die analyse noch mal einzusteigen was kann ich euch erzählen zur skatfreunde app also wir sind sehr fleißig es passiert eine ganze menge allerdings eine ganze menge auch im unterbau wo im moment nicht allzu viel zu zeigen ist wir sind stark an der ki dran nichtsdestotrotz von mir kurze kurzes lebenszeichen natürlich hier im discord in der community wo ihr euch informieren könnt wo ich euch herzlich einlade am ball zu bleiben da habe ich mir ja selber so eine mir und euch so eine kleine herausforderung gegeben schaffen wir es bis ende oktober 500 skatfreunde hier in dieser community zu versammeln aktuell haben wir auf der joker karte 304 nichtsdestotrotz sind es schon fast 400 von euch also wenn ihr noch in die ersten 500 rein wollt und das ist natürlich schon irgendwie was cool ist denkt euch mal ein bisschen später wenn diese community richtig groß geworden ist wer war von anfang an dabei dann sage ich euch kommt jetzt dazu holt euch die news lest was wir euch ja an artwork zeigen was ich euch hier und da mitteile oder seid ganz einfach dabei wenn hier auch am helllichen tag immer irgendwo an einem tisch gespielt wird und der hinweis hier an der stelle das hier ist nicht die skat app die frage habe ich auch einmal bekommen und da sind doch tische und da spielen noch welche na das ist hier ein video conferencing wo ihr euch ganz einfach mit dazu setzen könnt und dann mit anderen leuten über skat sprechen könnte das selber ist nicht noch nicht die skat app sondern so ein bisschen das umgebende so und jetzt gucken wir uns diese verteilung an ich habe das ding in mittelhand bekommen diese ausgangskarte mit den drei buben habe ich 18 gesagt und war dann sofort besitzer natürlich habe ich angenommen dass ich sehr gut finden werde und natürlich lag ich auch richtig 21 augen das ist nun wirklich premium kein grund sich zu beklagen das spiel ist jetzt ziemlich stark geworden erste frage natürlich wie drücken und was spielen ich denke zwei varianten sind hier im rennen die eine ist quasi das blatt sauber zu drücken drei augen drücken dann kommt noch die entscheidung herz oder piek die andere frage ist eben ob man ich habe mich jetzt für herz entschieden im übrigen ich habe mich für herz als trumpf entschieden weil in peak mit 8 9 10 die beikarte eben doch noch eine nuance stärker ist als mit 7 9 10 könnt ihr auch mal recherchieren habe ich sowohl im strategie trainer als auch im video unter dem titel das geheimnis der luschen entsprechende analyse warum 8 9 10 und in der beikarte stärker ist als 7 9 10 und insbesondere dann wenn man vielleicht davon ausgehen kann dass man in trumpf bei einer normalverteilung nur ein stich abgibt hier mit 13 augen ja stellt sich dennoch die frage auch wenn man hier herz spielt ob man nicht vielleicht auch doch die peak 10 mit runter drückt normalerweise je stärker man im prinzip den trumpf in den buben ist desto lieber hat man ja auch also einen vollen im keller dennoch muss man natürlich auch sagen dass man damit quasi in wenn in der spieleröffnung und man ist ja eben nicht in vorhand in vorhand denke ich wäre diese drückung die beste aber man ist ja in der mittelhand und da hat man quasi mit dieser variante in zwei farben eine gewisse schwäche dabei und das kann eben in der spieleröffnung dann ja beschwört dann andere drohungen herauf so gesehen ich habe mich letztlich entschlossen hier das blatt quasi sauber zu drücken drei augen zu drücken und dann schauen wir einfach mal was passiert so es ging ganz unverdächtig los kreuz lusche von mir das ass von hinten kam schon die dame und während ich jetzt an der stelle noch im live stream ich verlinke euch das video übrigens auch noch mal darüber am dozieren bin warum ich denn jetzt herz zu trumpf gemacht habe und nicht peak ziehe ich also schon mal den ersten trumpf und da kommt dann der schock moment links ist gar kein trumpf ich spiele gegen alle fünf trümpfe so in dem moment könnte man schon sagen panik sehr wahrscheinlich ist das spiel nicht zu gewinnen allerdings panik ist ja nun mal selten ein guter berater natürlich auch ich in dem moment davon aus das ist doch nicht zu fassen aber wir haben eine neue situation auf die müssen angemessen reagieren ich glaube halt auch nicht unbedingt dass wir jetzt noch eine sehr gute chance haben das spiel zu gewinnen aber man wird es eben versuchen gute nachricht immerhin die trümpfe sitzen vor mir und nicht hinter mir damit ist ein trumpf gabel endspiel ein stück weit schon mal wahrscheinlicher und genau wenn die trümpfe so einseitig sitzen dann ist es sehr häufig eine gute idee dann von trumpf zu wechseln um nachher ein trumpf noch ein bisschen mit peak karubu oder trump 10 auch ein bisschen fette trümpfe einzusammeln also mehr natürlich aus der not als dass es jetzt eine echt starke idee ist habe ich jetzt die peak lusche nachgespielt in diesem moment hat sich natürlich der plan den man sonst auch hat mit 8 9 10 direkt mit der 10 zu starten falls man eben nur ein 13 augen stich im trumpf abgegeben hat der hat sich natürlich jetzt schon erledigt das ist klar wir sind jetzt hier schon ganz klar im plan b und an sich muss man natürlich sagen die chance dass ich jetzt hier was sehr gutes für mich entwickelt ist nicht so besonders groß denn normalerweise wird schon geschnippelt weil die gegner auch erahnen dass das jetzt wohl eher der antritt aus der schwäche ist es sei denn dass peak ass steht blank aber wo soll das eigentlich blank stehen wenn es bei dem fünf trümpf man blank steht dann habe ich später auch keine chance die 10 zu bekommen und da hinten kann es ja an sich schon kaum mehr blank stehen denn fünf trümpfe kenne ich ja hier schon und die kreuz beiden luschen kenne ich vorne auch schon wo hinten die dame viel also dann werden jetzt hier noch drei peak dann werden die kompletten karten schon verteilt eher unwahrscheinlich also was passierte peak ass was ich erstmal erfreut gesehen habe aber dann flog da auch schon karo 10 rein und damit ist jetzt amtlich ich habe im prinzip die krasseste gegenverteilung die man sich bei diesem blatt vorstellen kann trump steht fünf zu null und meine zweite schwäche quasi meine beikarte peak stand vier zu null also komplett zu null verteilung und der fünf trümpfe hat hier gerade übrigens seinen einzigen fehlkarten vollen auf das peak ass nach hause gebracht ja ehrlich gesagt es sieht ziemlich finster aus das ist nach diesem stich noch mehr amtlich als vorher wie lief es weiter karo lusche karo könig ja und da sitzen wir jetzt hier mit unserem talent und natürlich ist es jetzt leicht den kopf in den sand zu stecken und irgendwie weiter zu spielen oder sagen wir mal auch es ist vielleicht wirklich schwer jetzt noch an eine möglichkeit zu glauben dieses spiel zu gewinnen nichtsdestotrotz ich hatte sofort den gedanken wenn überhaupt dann geht es auf eine ganz bestimmte weise ich habe dann doch noch ein bisschen länger darüber nachgedacht ob das überhaupt funktionieren kann also man könnte ja sagen hier abwerfen auf vier augen aber ehrlicherweise muss man sagen damit ist das spiel dann wohl nicht mehr zu gewinnen es ist völlig klar dass peak 10 mit dem trumpf ass irgendwann gestochen wird es sei denn wir wollen die trumpf 10 abwerfen es ist natürlich klar dass danach von der seite ja wahrscheinlich vermutlich dann kreuz wieder kommt also wie auf jeden fall dann auch stechen können uns in den trumpf gleichstand stechen können aber dennoch haben wir damit quasi die chance aufgegeben irgendwie ja die peak 10 heim zu bekommen und wie das jetzt überhaupt zu einer chance werden kann das war dann meine überlegung ich habe mir gedacht ich muss auf jeden fall jetzt erstmal in den trumpf gleichstand kommen also gestochen und daneben typische situation wenn du eigentlich nicht gewinnen kannst dann versuche die gegner zu fehlern zu verleiten bzw versuche halt die situation oder die stellung irgendwie zu verkomplizieren versuche irgend noch ein bluff eine nebelkerze und das habe ich jetzt gemacht mit der peak 9 denn es ist natürlich so dass es den gegnern nicht 100 prozent klar sein kann ob die peak 10 nun gedrückt ist oder nicht und damit stiften wir hier im besten fall ein bisschen verwirrung was zu nichts führt oder im schlimmsten fall ein spiel was wir ohnehin nicht gewinnen können denn logisch ist mit offenen karten wäre das nicht der ideale zug aber mit verdeckten karten scheint es mir die einzige chance zu sein hier die gegner noch zu einem fehler zu bringen und an der stelle kann ich ja dann auch mal die karte aufdecken denn jetzt kam natürlich nicht die peak dame sondern der peak könig und der spieler hier es ist ja schon klar dass der noch die letzten vier trümpfe hat hatte die zweite kreuz lusche war auch klar also auch nicht super überraschend dass jetzt da als letzte von ihm unbekannte karte der kreuz könig fiel ja und an der stelle hätte der spieler hier in hinterhand natürlich die möglichkeit zum beispiel kreuz 10 fortzusetzen damit würde das blatt geklärt und ich würde das spiel einfach nicht gewinnen obwohl ich natürlich die kreuz 10 bekommen würde er könnte auch noch mal karo fortsetzen aber er hat jetzt natürlich schon gedacht vielleicht ist peak 10 doch noch da beziehungsweise einfach in der gleichen farbe bleiben und hat jetzt einfach die peak dame nachgesetzt im endeffekt könnte man das auch so interpretieren dass der spieler hier schon genau auf diesem bluff bei mir gewettet hat aber das ist jetzt natürlich für den trumpf spieler auch nicht so leicht zu interpretieren denn es war ja auch eine völlig plausible drückung hatten wir gesagt die peak 10 runter zu tun und dann hätte ich jetzt einfach noch eine kreuz lusche und deswegen ist es für den spieler hier jetzt gar nicht so leicht eine gute entscheidung zu treffen also sticht er etwa mit dem trumpf könig und ich habe keinen peak kann ich mit der 10 überstechen meine letzte kreuz lusche wieder rausschieben und hole mir dennoch das trumpf ass sticht er mit dem trumpf ass und ich kann überstechen passiert das gleiche also ich wenn ich jetzt tatsächlich kein peak mehr habe dann ist ein einstich natürlich nicht so pralle abwerfen ist dann auch nicht richtig cool aber dann gibt er wenigstens nicht so leicht das herz ass auf also nach reiflicher überlegung und das war natürlich meine ganze hoffnung hat der spieler hier jetzt da die kreuz 9 abgeworfen womit ich plötzlich unverhofft meinen ersten vollen mit dieser nebelkerze nach hause gebracht habe nämlich die peak 10 und jetzt hatte ich auch wirklich schon das gefühl jetzt wird es einfach wie auf rädern plötzlich funktionieren ich habe jetzt nämlich eine schöne fortsetzung mit karo buben die natürlich auch noch nicht zwingend gewinnt wenn der spieler hier jetzt die nerven behält und nicht schmiert aber letztlich der ist jetzt so im flow der hat sich vielleicht gerade schon über die peak 10 geärgert da wird im moment jetzt auch weil an sich alles klar ist gar nicht mehr so richtig dolle nachgedacht mir war völlig klar auf karo bube gibt es jetzt eine schmierung so war es auch und die anderen haben ja erst 29 augen liegen jetzt kommen sie auf 43 und ich komme genau in dieses gabel endspiel was ich mir so vorgestellt habe es wurde tatsächlich die dame gespielt könig wäre eine ecke präziser noch gewesen aber so oder so ich tauche noch einmal weg hinten geht das karo ass rein aber das sind dann halt nur 58 beziehungsweise im original habe ich den könig jetzt im endspiel noch bekommen und habe das spiel im original mit 63 gewonnen auch so wäre es mit 62 gewonnen und das war natürlich richtig cool muss ich sagen das hat richtig spaß gemacht das hat mir im prinzip den ganzen abend irgendwie gerettet würde ich sagen also das als eins dieser spiele und verläufe von denen man da wirklich tagelang mal zehren kann und ja wie kann man so ein spiel gegen fünf trumpf und alle vier piken in einer hand gewinnen genau wie gezeigt ein kleiner zauberzug der die anderen irgendwie so ein bisschen in im unklaren gelassen hat und schon war es passiert und wie gesagt da sind eben so einige überlegungen dabei von der drückung angefangen über das ich steche mich im trumpf gleichstand beziehungsweise auch ich spiele fehl aus wenn die trümpfe alle in einer hand sitzen die man sicher in sehr vielen situationen immer dann wenn eben die verteilung ungünstig ist verwenden kann ja und es klappt natürlich nicht immer es gab natürlich keine garantie aber letztlich ob man ein spiel dann so rum oder so rum verliert das ist ja eigentlich egal wenn es denn hier eine chance gab dann war es wohl die und wenn es dann funktioniert dann macht es halt richtig laune ja dann hoffe ich ihr seid nachher sonntagabend heute abend in meinem livestream dabei die canadians sind mal wieder am start ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes restwochenende und wie immer gut blatt bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020